On my mind, zusammen willkommen zu Outward Definitive Edition. Ich hab's ein paar mal angesprochen in Skyrim. Ich hab auch vorher nochmal bei Silent Death auf dem Kommentar geantwortet. Ich hab mir gedacht, ich setz mir jetzt einfach mal hin. Sound ausprobiert, man müsste mich jetzt hören. Äh, sorry. Ähm, ich hatte nämlich beim letzten Mal, als ich's versucht hab aufzunehmen, den Sound nicht richtig eingestellt und das war so laut vorm Spiel, man hat gar nix gehört. Äh, habt ihr nicht gesehen? Und ich erzähl jetzt auch gleich erst weiter. Ähm, einmal kurz. Ich hatte eigentlich schon mal versucht, das zu machen. Hat nicht geklappt. Da wir den nicht weiterspielen, können wir den löschen. Ähm, und ein neues Spiel anfangen. Outward ist ein Survival-RPG. Halbvertont. Und man kann nicht speichern. Macht aber mega Bock. Also die Survival-Aspekte sind deutlich, äh, schlimmer als die in Skyrim, äh, Äh, Anniversary Edition im Survival-Mode. Und, äh, nein, wir spielen nochmal. Wenn wir sterben, wollen wir nicht neu anfangen. Gut. Äh, von den Startresten her kenne ich nicht, ob es unbedingt irgendwo einen Unterschied gibt. Wir nehmen einfach Auriana, äh, Aur-i- Aurai-iana. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Männlich. Und, ich meine, hier gab es auch gar nicht so viel Auswahl, was den Charakter angeht. Aber, nehm mal den hier. So, bei den Frisuren gibt es 15, meine ich. 15. Welche nehme ich denn? Dreadlocks, oder? Wollte Dreadlocks. Ja, Dreadlocks. Und die sind nicht braun, nein. Es gibt hier auch ganz quietschige Farben, sondern grün. Grüne Dreadlocks. Dreadlocks Abstammung geht nicht, denn wir haben niemanden, von dem wir abstammen können. So, den Charakter finde ich so in Ordnung. Da können wir direkt mal reingehen, denn sonst erkläre ich hier viel zu viel. Ah ja, jetzt wird es erstmal ein wenig laden. Die Ladebildschirme sind schon mal länger. Also, mit länger ist, ähm, mal dreimal so lang wie ein Skyrim-Ladebildschirm, kann es manchmal schon sein. Ah ja. Äh, mein ganzes Leben lang verbrachte ich hinter den sicheren Mauern Ciasos, verschont von der grausamen Welt, die dahinter lag. Aber das Leben in Aurai ist niemals ein leichtes. Mein Stamm bietet mir Sicherheit, aber unsere Gesetze sind hart. Wir sind keine Individuen, sondern Blutlinien. Das Schreien meiner Blutlinie, nee, das Scheitern meiner Blutlinie lastet schwer auf mir. Vor langer Zeit stürzte meine Großmutter unseren Stamm ins Verderben. Und meiner Familie wurde ein hoher Blutpreis auferlegt. Seitdem zahlen wir die Schuld ihres Handelns zurück. Ich schloss mich an der Expedition meines alten Freundes Ciasan über das Meer an, in der Hoffnung, dort genug Geld zu verdienen, um meine Schuld zu tilgen. Das war ein Fehler. Ich kann von Glück sagen, mit meinem Leben davongekommen zu sein, als unser Schiff auf der Rückreise auf einen Felsen auflief. Und jetzt habe ich das letzte geskippt. Ich weiß nicht mehr, was da steht. Man wird, glaube ich, auch nicht die Chance haben, dort anzuhalten. Wir starten. So, kurz was zur UI. Ihr seht links einmal Leben, Ausdauer und... Und ein Thermometer-Anzeige. In meinem Charakter wird hier gerade kalt. Nehmen wir direkt mal was mit. Vorne hier lagen ja zwei so Leichen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir hier nichts von denen nehmen können. Denn der hier hat echt eine Menge gutes Zeug, würde ich mal sagen. Aber es ist leider so. So, das wird wohl unser Schiff sein. Vermute ich mal. Und es wird sicher nicht so sein, dass wir die einzigen Überlebenden sind. Nein, es gibt noch andere. Und die suchen wir jetzt. Aber vorher... Nehmen wir uns noch ein paar Sachen mit. Survival-Aspekt. Okay, die... Leiste links, beziehungsweise rechts neben den... Gesundheit und Ausdauerbalken, ist jetzt gerade weggegangen. Denn uns ist warm genug und es wird auch nicht mehr kalt. Ähnlich wie in Skyrim kann man hier erfrieren. Aber man kann hier, ich glaube, wirklich erfrieren. Meine ich? Weiß ich nicht. Ne, man kann krank, glaube ich, krank werden dann. Was kann man... Ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Ist schon länger her, dass ich es gespielt habe. Das, was man aufheben kann, sieht man häufig an diesem blauen Blinken. Ausnahme sind, das habt ihr bestimmt gerade gesehen, diese Bärenbusche. Pflanzen im Boden. Und sowas ähnliches sind nicht am Leuchten. Sauberes Wasser? Ja, dann trinken wir doch mal was. Es gibt nämlich nicht nur sauberes Wasser, sondern auch dreckiges Wasser. Und zwar, ich kann ja mal, so, Steuerung erstmal zurechtfinden. Sauberes und Salzwasser. Salzwasser trinke ich nicht. Inventar, wie ging das nochmal? Ach ja, hier. So, Harpune können wir direkt schon mal anlegen. Die Fackel brauche ich nicht mehr. Man könnte jetzt sagen, was ist, wenn es dunkel wird? Hier wird es nicht mehr dunkel werden. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Langsam, aber sicher. So, hier ist ein Stück von einem Schiff. Oh, da sind noch Bären. Da werden wir bestimmt Leute finden. Was haben wir hier noch? In der ersten Aufnahme, die ich hierzu gestartet hatte, hatte ich immer deutlich mehr erklärt. Und als ich mir angeguckt hatte, war ich eigentlich fast nur am Reden. Und man hat gar nichts vom Spiel mitbekommen. Und deswegen rede ich einfach mal ein bisschen weniger. Zumindest war das so meiner Einschätzung nach halber. Also, einer der Totes, noch einer der Totes und unser Freund Jezan Egrison Argenson. Wo sind wir, Jezan? Ich weiß nur noch, dass unser Schiff auf einen Felsen aufgelaufen ist. Wie gesagt, es ist teilvertrunt, nicht alles. Und deswegen werde ich eine Menge vorlesen müssen. Wir sind nicht weit von zu Hause. Siehst du den Leuchtturm von hier? Wo ist er? Äh. Nee. Ich sehe ihn nicht. Äh. Eto hat ihn auch gesehen und ist gerade auf dem Heimweg nach Seaso, um Hilfe zu holen. Eto hat überlebt. Elad, sei Dank. Er ist ein Kasid. Er wurde auf einem Schiff geboren. Es ist vermutlich nicht das erste Mal, dass er ein sinkendes Schiff überlebt. Äh. Die Charakternamen werden nie ausgesprochen, denn es gibt... Ja, aber es wird... Mir fällt auch kein Spiel ein, wo Charakternamen ausgesprochen werden. Egal, weiter. Du kannst dich in einem der Schlafsäcke ausruhen. Die ich ausgerollt habe, falls du dich nach dem Unglück noch immer zu schlapp fühlst. Dann werde ich Ausschau nach Eto und unseren Rettern halten. Können wir jetzt machen? Wir könnten uns jetzt hier reinlegen, aber... Wir haben jetzt... Wenn man da vorne... Ach, guck mal, da ist der Leuchtturm. Jetzt sehe ich ihn. Da, wo wir den Leuchtturm sehen, sehen wir auch noch ein paar Sachen, die wir nachgucken können. Und dementsprechend schauen wir uns noch ein bisschen um. Man kann hier rollen. Nicht springen. Ist ein bisschen schade. Ich springe sehr gerne in Spielen. Aber sei es drum. So. Schundhaufen hat. Holz nehme ich nicht mit. Ich zeige euch gleich, warum. Vielleicht kennen es ja auch ein paar, das Spiel. Ach, Salzwasser. Nein, danke. Äh, Holz kann man an jedem Baum sammeln. Das heißt, wenn man Holz braucht, geht man da vorne einfach zu einem Baum. Der ist ja auch auf dem Rückweg. Da vorne sind nämlich auch noch... Ist noch weiterer Seetang. Hier, der leuchtet halt auch nicht, sondern ist nur optisch sichtbar. Oh, es regnet. Mist. Das ist jetzt nicht schön. Denn... Wir haben... Widerstand beim Wetter kalt und Widerstand gegen Frost ist reduziert. Ach ja, okay. Das ist hier egal. Äh, wäre blöd, wenn es hier einen Gegner gäbe, der Eisschaden macht. Also es ist hier, glaube ich, sowas wie so eine Art kleine Tutorial-Ebene hier. Wo man einfach so ein bisschen ausprobieren kann. Ähm... Wie gesagt, wäre, wenn es einen Gegner hier gäbe, der Frostschaden macht. Ein bisschen doof. Gibt es aber nicht. Und... Ich dachte erst, man wäre dann ein bisschen träger. Oh, ein brauner Gewürzkäfer gefunden. Schön. In dem ersten Anlauf, der nicht so gut funktioniert hat, habe ich hier nicht einen braunen Gewürzkäfer gefunden. Gefällt mir schon mal. So. Noch mehr Gabären. Tip top. Äh, was kann man noch zur Outward sagen? Ähm... Dass man nicht speichern kann, hatte ich ja erwähnt. Ich lege es mal kurz auf die Machete. Dass man nicht speichern kann, hatte ich ja erwähnt. Ähm, und... Man levelt hier auch nicht. Also man... Es gibt jetzt nicht hier irgendwie einen Prozess, wo man sagen kann, ja, ich bin jetzt bald Level up. Dann kriege ich ja wieder volles Leben oder irgendwas in der vergleichbaren. Nein, nein. Man levelt hier absolut gar nicht. Man kann Skills lernen, ja. Aber ich meine, die lernt man für Gold. Wie kann ich denn nochmal meine Waffe... Ach so, kann ich meine Waffe ziehen. So, die beiden würde ich gerne machen. Ohne sind so zwei Hyänen. Mal vorher. Am liebsten würde ich es natürlich einzeln machen. Wäre ganz schön, wenn... Ah, ja, sieht gut aus. Na, dann komm mal her. Warte mal. So. So. Wunderbar. Hier heute. Ich musste mal kurz eben meine Karte reinlassen. Äh, Pause. Ihr habt ja vorhin gemerkt, das Spiel läuft weiter im Inventar. Kann man übrigens auch schon machen, indem man hier im Menü reingeht. Und ne? Und schon geht es weiter. Aber ich will auch nicht zu viel von, äh, von allem Möglichen vorwegnehmen. Äh, alles... An alles kann ich mich sowieso nicht erinnern. Ich habe das Spiel nämlich nie durchgespielt. Das weiteste, was ich hatte, waren, ich glaube, nach, äh, 30 Spielstunden waren wir auf der zweiten oder dritten Karte. Und es gibt... Wie viele Karten gibt es? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mal, wie viele Karten es gibt. Okay, er sieht mich gerade noch nicht. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Was haben wir hier drin? Oh, Klamotten. Eisenschrott. Und die Holznägel brauchen wir nicht. Alles klar. So, wechseln wir doch mal auf den hier. Dann sind wir ein bisschen schneller. Die Waffe ist zwar langsamer, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich bin hungrig. Das ist nicht gut. Ach ja, guck mal. Das hatte ich schon wieder vergessen. Seht ihr den weißen Balken unter mir und unter dem Mob da? Das ist ein Ausdauerbalken. Wenn er zu niedrig ist, kann man... Ach, come on. Ja. Kann man, glaube ich, Gegner runterschlagen. Und wir haben Knochen gefunden. Nett. So, gab es hier ein Auto laufen? Es gab doch ein... Ah. Auf plus neben Enter ist Auto laufen. So, dann gucken wir doch mal durchs Inventar. Wir haben hier eine Klamotte, die wiegt drei und die wiegt auch drei. Mist. Die hat zwei Schutz, die hat drei Schutz. Enttäuschen wir doch mal. Dann können wir die hier auch... Ach ja, ich kann das hier mal eben so zeigen. Hier ist das normale Inventar. Das hier ist in unserer Tasche. Markräte wiegt zwei. Angelegte Waffe und angelegte Rüstung wird nicht mitgerechnet hier im Gewicht. Und ich muss mal eben neu... Na. Neu auswählen. Neuen Kurs ansetzen. Wunderbar. Dann gibt es hier natürlich auch noch das Ausrüstungsspitzhörkel, wie auch immer Menü. Hier wird gezeigt, wie viel Verteidigung wir haben, was wir sonst so noch haben. Aha, hier, guck mal. Minus 52 Geschwindigkeit, weil wir überladen sind. Das kann auch bis 100% hochgehen. Wenn man sich überlegt, wir haben jetzt 40% Überlast auf der Tasche. Schon über die Hälfte zu langsam. Also, nicht wie bei Skyrim so. Okay, dann trage ich halt 4000 Kilo. Nein, nein. Ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr weiter. Äh, hungrig sind wir. Unsere Maximalgesundheit ist runter. Woran lag das nochmal? Äh, ja. Unsere Maximalgesundheit scheint auch runter zu gehen. Hm. Kein Mana-Balken. Das heißt nicht, dass es keine Magie gibt, aber wir haben erstmal keinen Mana-Balken. Und die Temperatur ist neutral. Verderbnis sagt mir gar nichts. Aber wie ihr seht, wir müssen auch hier schlafen, trinken und essen. Das sind die negativen Effekte. Positiv haben wir leider keins. Und wir können uns hier auch... Oh, guck mal. Wir könnten uns einen einfachen Ranzen bauen. Mal kurz Stopp hier vorne, denn wir sind gleich fertig. Ah, dann können wir nochmal weiter drauf eingehen. Hier kann man provisorische Rezepte machen. Und was ich zum Beispiel auch machen kann ist... Ich kann diese Klamotte jetzt da legen. Habe dann... Drei Tücher dazu bekommen. Und jetzt auch weniger Taschengewicht. Genauso kann ich dann hier... Guck mal. Stoffschlagringe basteln. Habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, wir spielen mit denen. Mal gucken. Ich kenne noch nicht alle Neuerungen bei der Definitive Edition. Äh, hier sind noch Schnellslots. Die sind hier unten. So wie Skills. Durchschnitt können wir nicht benutzen. Wir haben keinen Dolch. Wir haben keine Pistole. Wir haben keine Laterne. Wir können eigentlich nur treten. Und hier sind dann noch unsere Quest. So. Sehr gut. Das konnte ich jetzt nebenbei so erklären. Dann gehen wir nochmal in den Schlafsack. Ähm. Den Rux... Mal schlafen. Stetigen. Das wird nämlich... Jetzt gleich ein... Überblende geben. Und hier im Lademenü sind immer Tipps drin. Sind immer Tipps drin. Äh, manche von denen sind am Anfang echt hilfreich. Sollte man lesen. So. Rasch verlierst du das Bewusstsein und träumst davon, in etwas gefangen zu sein. Mit einem Aufschrei springst du aus dem Bett. Erleichterung macht sich breit, als dir klar wird, wo du dich befindest. Du liegst zu Hause im Leuchtturm von Cerso in deinem alten Bett. Jizan muss dich zurück zum Leuchtturm deiner Familie gebracht haben. Nur dein schmerzender Körper verrät dir, dass der litnische Bruch kein Albtraum war. So. Ein Tag ist vergangen. Aufzeichnungen wurden aktualisiert. Schiffbrüchig. So, hier liegen jetzt noch ein paar Sachen, die können wir mitnehmen. Und dann können wir mal nach unten. Hm. Vorhin hatte man ja gesehen, wir können, äh, äh, Ranzen herstellen. Es gibt auch viel, die man, äh, viele Sachen, die sich lohnen herzustellen. Aber nicht, wenn man weiß, dass man noch später genau das vielleicht findet. Und ein paar, ich hab nicht alles vergessen. Ich hab ein paar Sachen vergessen. Ich bin schwach, hab aber nicht alles vergessen. Vieles, aber nicht alles. So, was haben wir? Oh, ein Kochtopf. Und ein paar Schuhe. Wir nehmen erstmal alles. Was das Kämpfen mit Waffen angeht, äh, ich hab selber schon gespielt gehabt hier, äh, Zwei-Hand und Ein-Hand und Magie. Magie würde ich sehr gerne wieder spielen. Äh, was ich nicht so gern spielen würde, wäre, also meine Überlegung war jetzt einfach mal, ich probiere jetzt einfach mal, diese Stoffschlagringe aus, die können wir ja schon mal basteln. Das hab ich nämlich noch gar nicht gesehen, das Item. Loy. Okay, machen wir mal eben kurz ein paar Sachen von A nach B. Wiegt das alles so viel? Ach, das Fleisch ist, glaub ich, auch so schwer, ne? Ja gut, dann gehen wir mal kurz hier an den, an die Küche. Bärenstulle. Machen wir. Und mehr können wir nicht machen, denn wir haben kein Salz. Okay. Das ist in Ordnung. Was denn hier? Ach ja, Rezepte, genau. Jetzt können wir, wir konnten vorhin nur zwei Sachen herstellen. Ne, drei. Wir haben neben der Gebärenstudie ein Reiseproviere und ein Fleischeintopf jetzt noch das hier gelernt, aber wir haben natürlich hier die ganzen Sachen nicht und konnten das nicht herstellen. Nur Seetank haben wir. Ähm, so. Das ist noch hierüber. Ist auch, so. Wunderbar, passt. What the fuck? Der geht ja richtig ab hier. Blickt euch nicht mit so an an. Gut. Hier im Leuchtturm gibt es nicht mehr zu holen und, äh, ich glaube, hier sind jetzt ein paar Leute, die auf uns waren. Genau. Leute, die uns herzlichst empfangen. Ich kann nicht speichern. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit den Thumbnails hier machen werde. Ähm. Was man aber machen kann, ich werde jetzt auch einfach mal, Sekunde. Das haben wir gleich. So. Muss das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich glaube, das ging. Ach ja, genau. Ah. Nehmen wir das hier? Ja, ne? Da muss ich vielleicht hin und wieder mal während des Spielens ein Thumbnail erstellen. Denn das hier, finde ich, passt ganz gut. Moin! Ja klar. Was sonst? Ein Blutpreis ist heilig. Niemand kann seine Verantwortung einfach so lange abschütteln. Ich zähle bis 10. Wenn ich dann das Geld nicht vor mir liegen sehe, wird es dir leid tun, nach Hause gekommen zu sein. Ich hab nix. Ich hab nur 30. Nein. Ähm. Ich weiß natürlich gerade nicht, wie viel ich zahlen muss. Ähm. Aber so viel, wie ich zahlen muss, kann ich gerade nicht zahlen. Und das wissen die aber auch. Also. Können die mal ruhig ein bisschen Mitgefühl zeigen. Ja. Aber du warst auch auf dem Schiff, nicht wahr? Aber wie viele Leben will deine Familie noch zerstören, bevor es endlich genug ist? Die ist pisst, weil ich hab meine Tochter auf dieser Reise verloren. Du bringst nichts als Unglück über diesen Stamm. Genau wie deine Großmutter. Äh. Was nehmen wir denn jetzt hier? Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich kein Geld habe. Das ist richtig. Schluss damit. Ihr kennt kein Maß. Lasst die Situation nicht eskalieren. Äh. Nö. Die wissen ja, dass ich kein Geld hab, ne? Erinnert ja auch nichts dran. Wenn du nicht zahlen kannst, werden wir dein Zuhause pfänden. Äh. Das sollte die vier monatigen Monate entschädigen, in denen du deiner Pflicht nicht nachgekommen bist. Zahl oder geh uns aus dem Weg. Genug jetzt. Zwölf Menschen sind gestorben. Euer Verhalten ist einfach schändlich. So. Äh. Jetzt ist die Zeit, in der wir als Stamm gemeinsam um unsere Liebsten trauern und nicht Geld von einem der Überlebenden fordern sollten. Solche Drohungen auszusprechen, während unsere Gedanken noch bei den Toten sind, ist eine Beleidigung ihres Andenken. Oh, sorry. Ich weiß nie, ob die jetzt weiterreden oder nicht. Kergo ist auch ein Opfer. Genau! Äh. Dieses Schiffsunglücks. Äh. Nach den, äh, Gesetzen der Blauen Kammer erkläre ich hiermit eine Zeit der Trauer. Ihr wisst, was das bedeutet, oder? Aber, Kammerlady Aberdeen... Kergo hat eindeutig... Ich sagte genug jetzt. Wenn ihr eure Forderungen nach der Trauerzeit erneut stellen wollt, bitte. Aber bis dahin sollten eure Gedanken bei denjenigen sein, die bei der Katastrophe ihr Leben verloren haben. Oliel, verabschiede diese Leute bitte. Ihr habt Mutter gehört. Fort mit euch, oder ich sorge persönlich dafür, dass ihr diesen Monat Doppelschichten bei der Wache schiebt. Und damit... Tut mir leid, dass du davon wach geworden bist. Ah, nee, so nicht. Bitte sieh es ihnen nach. Viele von ihnen haben Familienmitglieder verloren und können nicht mehr klar denken. Ich fasse es nicht, die wollen mein Zuhause beschlagen haben. Kannst du nicht etwas unternehmen? Das würde ich ja, wenn ich könnte. Das Einzige, was ich tun könnte, ist, deine Zeit des Trauerns zu erklären und dir so ein wenig Zeit zu verschaffen. Da dürfte fünf Tage lang niemand aus dem Stamm die Rückzahlung deiner Schulden verlangen. Aber wenn du den vier offenen Monatszahlungen dann nicht nachkommst, werden sie meinen Kopf fordern. Dann hättest du ein paar Tage Zeit, das Geld zurückzuzahlen. Entweder verdienst du dir das Geld oder eine Stammesgunst können sie dir nichts anhaben. Mhm. 150 Silbermünzen, wir hatten 32. Äh, mal gucken. Komm zu mir, sobald du zahlen kannst. Bitte finde einen Weg, die Sache zu regeln. Das letzte, was ich möchte, ist, dass man dir deinen Leuchtturm nimmt. Ich warte oben auf dem Hügel im Rathaus auf dich. Äh, schaffe ich niemals? Auf jeden Fall schaffen wir das. Blutpreis ist ungerecht, das interessiert mich nicht. Dann werde ich durch diese Mauern schreiten. Das scheint das Beste zu sein, so gefährlich es auch ist. Äh, wie ihr mitbekommen, ich glaub, das stand in der Einleitung, also, die Oma von uns hat Scheiße gebaut und das hat so viel Mist verursacht, dass wir jetzt ganz viel Geld zahlen müssen. Also alle im Nachkommen, immer der Großmütter müssen dann immer wieder immer Geld zurückzahlen wohl. Bis die Schuld beglichen ist, wie so Reparationszahlungen nach so einem Weltkrieg, vom Verliererland meistens. Äh, so, weiter. Denk daran, in Sier, so ist niemand allein. Zögere nicht auch den Rest des Stammes, um Rat zu bitten, wie man in der Welt da draußen überlebt. Auch wenn du uns einen Blutpreis schuldest, helfen wir dir auf jede erdenkliche Art und Weise. Wenn du für jemanden in Sier so eine besonders gute Tat vollbringst, schulden wir dir eine Stammeskunst. Diese werde ich als Ersatz für deine Zahlung anerkennen. Wenn du bereit bist, Sier so zu verlassen, sprich mit Burak, dem Torwächter. Äh, er wird entscheiden, ob du soweit bist, dich der Welt da draußen entgegenzustellen. Denk daran, du hast nur ein paar Tage Zeit. Mögen deine Ahnen über dich wachen. Und mögest du die 150 Silber verdienen, na, Geld, oder mir einen Beweis einer verdienten Stammeskunst zeigen können. So. Äh, eine ist hier geblieben, die mit dem Leuchteschwert, meine ich. Ja. Dann sprechen wir doch mal mit Oli El. Zum Glück hast du den Schiffbruch überlebt. Und ich bedauere deine Verluste. Ich weiß, wie viel für dich von dieser Expedition abhängt. Das leuchtende Schwert ist neu, woher hast du es? Rufus hat es für mich als Abschiedsgeschenk anfertigen lassen. Ich wollte heute in aller Frühe aufbrechen, bevor Mutter mich würde aufhalten können, um mich der heiligen Mission anzuschließen. Aber das Schiffswag, es wäre nicht richtig, schon so bald zu gehen. Ich muss beim Stamm bleiben, bis die Trauerzeit vorbei ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Mutter dich ohne weiteren Vortrag gehen lassen wird. Wenn du wüsstest, ich weiß nicht, wie ich das Geld auftreiben soll. Doch, ich weiß, wie ich das auftreiben kann. Äh, nicht ohne Vortrag. Na, sobald sie nicht mehr in Arbeit versinkt, ne? Ich hoffe, sie kann dich überzeugen. Du würdest mir fehlen. Ich weiß nicht, wer das ist. Ähm. Ich weiß, dass die irgendwann verschwindet. Ich weiß aber nicht, wohin. Denn, soweit habe ich nicht gespielt. So, äh, was ist das Zweite? Du solltest jetzt einfach, du solltest einfach jetzt gehen. Du sagst ja, äh, du sagst dich ja ohnehin von deinem Namen und deiner Heimat los. Vergiss die Trauerzeit. Das ist ein bisschen assi. Wir machen einfach mal das Erste. Ich weiß, du und Isan werdet mir auch wählen. Ach, Isan. Aber das ist der Weg, den ich für mich gewählt habe. Äh, gewählt habe? Ich bin es leid, dass Risa über mein Leben entscheidet. Ich möchte zum Wohl aller da sein. Nicht über Menschen herrschen. Strebe immer danach, dich zu verbessern. Geh jetzt. Wir haben beide Arbeit zum Wall of Ciasus zu tun. Gut. Oh, ich bin schneller als beim ersten Mal, als ich aufgenommen habe. Ich glaube, ich bin schneller durch die Tutorial Area oder ich habe nicht so viel gequatscht. Keine Ahnung. Letztes Mal, als ich hier war, waren es schon 35 Minuten. Dann können wir uns noch so ein bisschen hier im Ciaso umschauen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Platz aufgrund unseres Rucksacks. Aber ich kann mal eben was zeigen. Wer sich daran erinnert hat, wie gut ich doch vorhin rollen konnte, achte mal jetzt. Da ist eine Markierung gewesen. Die bedeutet, hey, du hast einen Rucksack. Du kannst nicht so schnell rollen. Leg den Rucksack ab. Ist nämlich nicht gerade sinnig, dass man mit einem, sagen wir mal, einem Tornister einfach mal so eine Dodge Roll hinlegt. Und der liegt ja im Normalfall ein bisschen im Weg. Eine Bauch, sagen wir mal so eine Bauchtasche oder sowas. Oder hier so eine Schultertasche. So ein kleines Ding, das wird wahrscheinlich nicht so im Weg sein. Aber wenn man einen Rucksack trägt, der ist schon sperrig, ne? Gut. Vieles hier im Dorf dürfen wir auch einfach einsammeln. Das stört die Leute gar nicht. Und das werden wir auf jeden Fall machen, denn wir brauchen Geld. Helle, prachtvolle Kleidung. Die ist, glaube ich, ziemlich gut. Warum ist die ziemlich gut? Wegen den 10 Ausdauerkosten. Genau. Nett. Die hat was. Die passt super gut zu den grünen Haaren. Das sind nur die Stoffhandschuhe nicht mehr. Und wir sind wieder langsam. Die wiegen ja nicht so viel, ne? Dann nehme ich doch einfach mal das hier. Und dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. So. Können wir hier noch was einsammeln? Kann ich hier lang? Ah, ne. Nein, kann ich nicht. So. Da ist nichts. Das wird sonst leuchten. Geht's noch hoch. Ach ja, was ich ganz schade finde. Wie viele Sachen muss ich hier einfach erwähnen. Seht ihr die Bänke? Kann mich nicht draus setzen. Kann mich leider nicht auf Bänke setzen. Ich kann auch nicht auf Stühle mich setzen. Oder zum Beispiel eine Hachke rausnehmen. Oder zum Beispiel eine Hachke rausnehmen, wie das in Gothic der Fall ist. Und dann einfach sagen, ich pflüge jetzt das Feld. Aber ich glaube, man kann mit der Spitzhacke Dingens abbauen. Und wie heißt es? Ich hab's gleich. Eisen. Genau. Eisen kann man damit, glaube ich, abbauen. So. Wachen haben übrigens alle das Gleiche zu sagen. Wachen in jeder Stadt ist es, meine ich. Da kann man nur fragen, wo finde ich Händler, wo finde ich Schlaf und so weiter. Das ist wie in WoW zum Beispiel. Und ich weiß, wo ich die Sachen hier finde in der ersten Stadt. Deswegen spreche ich die mal nicht an. Helene Turnbull. Ist mir stets ein Vergnügen. Was willst du? Ich hab womöglich etwas für euch. Was hab ich denn? Hast du denn ungewöhnlichen Gegenstand? Ungewöhnlichen Gegenstand? Bei Kuriositäten bin ich immer interessiert. Was hast du denn für mich? Ach, ich hab nichts. Okay, man kann das also immer auswählen. Äh, spann die Dame nicht so lange auf die Folter. Das ist nicht nett. Ich möchte arbeiten. Arbeit? Ne, arbeiten. Hey, hör mal. Was genau denn? Suche nach Arbeit in der Nähe. Tatsächlich könnte ich einen unerschrockenen Forschungsreisenden gebrauchen. Mhm. Würdest du ein... Was... Sag, was würdest du für ein wenig Silber riskieren? Äh, nicht für Münzen aufs Spiel? Natürlich setzen wir die für Münzen aufs Spiel. Das machen wir jeden Tag. In Skyrim. Hier ist der Plan. Wir suchen nach einem besonders seltenen Pilz in Form eines Schildes. Soweit ich weiß, wächst er in der Blasshaut-Höhle nordöstlich von Sieso. Du wirst ihn erkennen, wenn du ihn siehst. Hauptmerkmale sind seine enorme Größe und rote Farbe. Bringen wir diesen Pilz und ich zahle dir 70 Silber, dann wären wir schon bei 100. Wenn wir brauchen 150 in 5 Tagen. Das heißt, wenn wir jetzt losgehen würden und den Pilz holen, dann hätten wir sofort schon fast alles. Frau Glüten in einer tiefen, dunklen Höhle. Keine besonders gute Idee. Nein, danke. Natürlich! Was für Eigenschätzen besitzt dieser Pilz? Geschäftsgeheimnis. Okay. Ja, ich bin dabei. Vorräte habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Mist. Um zur Blasshaut-Höhle zu gelangen, verlässt du Sieso durch das Haupttor und folgst dann der Straße zur linken. Wenn du zu einer weiteren Gabelung an ein Holztor gelangst, bieg noch einmal nach links ab. Du weißt, dass du auf dem richtigen Weg bist, wenn du die primitiven Stadien der Glüten siehst. Der Eingang sollte direkt vor dir liegen. Den Hügel entlang. Äh, ja, dankeschön. Bis dann! Hau rein! So. Würde ich mal sagen, so langsam werden die Taschen voll und ich meine, man kann sich doch einen Rucksack kaufen, na? Heulgabel nehmen wir mit. Ui. Äh. So. Wo ist es? Hier, nur noch 16. Man kann nämlich es von Rucksack und Taschen hin und her wechseln. Taschen sind alles das, was in deinen Hosentaschen ist. Rucksack, alles hinten drin. Wenn ich da jetzt zum Beispiel sage, ich will kämpfen. Äh. Oh, der Rucksack ist so schwer. Warte mal, ich lege den mal eben ab. Blöpp. Und dann, auf geht's! Und, dann kann ich auch schneller wieder rollen. Und mit B kann man ihn dann wieder aufheben. Gut. Ähm, der Rucksack hat aber nicht so viel Platz, das gefällt mir nicht. Es gibt hier, ich bin mir 100% sicher bei ihm, einen besseren Rucksack. Suchst du nach was Bestimmten? Ja. Wo ist dein Rucksack? Ah, hier. Da, guck mal. Kapazität 50. Und da steht dran, dass sie mich das verlangsamt, wenn ich damit ausweiche. Aber das ist nicht schlimm. Den wollen wir trotzdem haben. Was hat er hier noch? Gold. Salz. Lein. Rezepte. Oh, oh. Okay, und Rüstung, aber die kann ich mir alle nicht leisten. Du kannst mal die Heulgabeln hier nehmen. Ich will ja mit den Stoffschlagringen arbeiten. Dann bräuchte ich das hier auch nicht. Und die hier will ich... Warte mal, das kann ich kaputt machen. Äh, verkaufen. Das theoretisch auch, oder? Nee, eben nicht! Ich hab fast was vergessen. Hunde. Erstmal müssen wir jetzt den Rucksack anlegen. So. Jetzt müssen wir aber noch... ...alles hier wieder rausnehmen. Und den auch mitnehmen. Habt ihr gesehen, was gerade passiert ist? Ich bin eine Laterne angegangen. Bei dem Rucksack hier kann man die Laterne nämlich dranhängen. Deswegen wollte ich den unbedingt haben. So, warte mal. Handwerksmenü. Ich kann hiermit nämlich... ...das herstellen. Und soweit ich... ...bitte zwei, okay. Soweit ich weiß, ging doch... ...das hier? Genau. Genau. So, Eislappen. Was sind Eislappen? Das zeige ich mal eben. Ein dreckiges Tuch, mit... ...dem das Element Frost... ...auf eine Nahkampfwaffe übertragen werden kann. Geht das auch auf die Fäuste? Das wollte ich nämlich jetzt ausprobieren. Ja, moin! Der schlägt dir Schnee ins Gesicht. Der Junge. Bam, 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 bam! Wunderbar. Okay. Ähm. Ich kenne viele Rezepte noch. Auswendig. Ich werde sie aber... Das war jetzt ein Rezept, was ich benutzt habe, weil ich was zeigen wollte. Ich werde jetzt nur noch Rezepte, wenn ich sie finde, benutzen. Das ist eine Regel, die ich mir auferlegt habe. Und... ...ein paar Rezepte finden wir nämlich direkt schon hier. So. Zack, 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 zack. Diese Dinger. Die gibt es für... ...Fauchtöpfe... ...alle möglichen Sachen. Und nur wenn ich die... ...opala. Wenn ich die gelernt habe, dann kann ich auch Sachen benutzen. So, was haben wir jetzt gelernt? Genau, die Lederkleidung, ne? So, und ich kann doch... ...so... ...er stelle ich nämlich aus diesen normalen Arbeitsstiefeln... ...mit ein bisschen Tierhaut... ...diese provisorischen Lederstiefel her... ...und die sind deutlich besser in den Widerständen. Und das machen wir jetzt. So, wunderbar. Und was machen wir jetzt als nächstes? Wir brauchen Geld... ...und müssen mit den Leuten reden. Kann ich mit euch reden? Mit euch kann ich nicht reden. Kann ich mit dir reden? Mit dir kann ich nicht reden. Bin ich ein bisschen durcheinander durch die... ...durch die Stadt gelaufen, weil ich mir ein paar Sachen zeigen wollte. Meisterkoch Arago. Kann ich dir helfen? Äh... Ja, wie bei Skyrim. Kann ich dir helfen? So, warte mal. Da gibt's auch noch was. Wie kann ich mir auf die Schnelle etwas kochen? Einfaches Essen kannst du auf einem Lagerfeuer zubereiten. Hm? Äh, gekochte Essen verdirbt nicht... ...gekochtes Essen verdirbt nicht zu schnell und sättigt besser. Du kannst sogar Flusswasser zu sauberen Wasser abkochen. Das frei von Krankheiten ist. Flusswasser ist nicht sauberes Wasser. Okay. Kann ich dir helfen? Aber da brauche ich irgendwas für das Flusswasser zum Abkochen. So, warte mal. Schnelle etwas kochen, Waren finden. Ich möchte mich an etwas kompliziert... Ich möchte mich an etwas komplizierteren Gerichten versuchen. Wenn du einen Kochtopf auf ein Lagerfeuer stellst... ...und ein Zuhause mit einer richtigen Küche hast... ...kannst du Rezepte mit mehr als einer Zutat kochen. Mhm. Äh, sie sättigen sogar noch mehr... ...und besitzen oft besondere Eigenschaften. Eine gute Mahlzeit vor einem Kampf... ...kann das Blatt zu deinem Gunsten wenden. Ich hätte jetzt gesagt, wenn man vorm Kampf was frisst... ...ist man ein bisschen überladen, ne? Lass uns reden. Kannst du mir helfen? Ich habe das Ceviche deiner Eltern immer geliebt... ...und ich habe es nie geschafft, es genauso hinzubekommen. Könntest du mir ein Cerso Ceviche nach Art deiner Eltern machen? Ich würde mich auch... ...ich würde mich auch revanchieren. Ja, warum nicht? Du findest alle Zutaten am Strand der Halbinsel. Du weißt doch noch, wie es geht, oder? Ein Regenbogenforelle, etwas Seegras und Salz in einen großen Topf geben. Hä, wenn er weiß, wie es geht, warum macht er es nicht selber? Hm. Kaufen. Ah ja, hier, guck mal, ganz viele Rezepte. Die müssen wir alle noch kaufen. Aber jetzt noch nicht. Wir haben noch nicht viel Geld und wir müssen noch... Äh... Wir müssen noch... ...Geld sammeln oder eine Stammeskunst zusammenkriegen. So, aber wir haben eine neue Quest bekommen. Doch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt ein Questbuch. Okay, mit der Wache... ...kann man nur wieder alle gleichen Sachen machen. Oder Kasiten-Ausbilder. Was kann ich für dich tun? Lasst uns reden. Ich frage mich. Ich habe eine Reise zum alten Einsiedler im Tal jenseits des Geisterpasses gemacht. Der Weg dorthin war gefährlich, aber sein magisches Wissen ist gewaltig. Für die Zauber des Windklüngels gibt es keinen besseren Lehrer. Okay. Was kann ich für dich tun? Lernen. Ich kann dir einen kleinen Kasit-Trick bei mir nennen. Ich zeige dir, wie man einen Gegner mit einer Einhandachse verlangsamt und verkrüppelt. Wäre 50 Silber dafür angemessen? Nein, 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 nein. So. Eto. Ach, der war mit auf dem Schiff, ne? Akiyuki. Die Maske sieht aus, als wäre der von den Anbuß. Bereit, dein Training fortzusetzen? Ich möchte bei dir etwas lernen. Guck, und da sind die Dingens. Die, ähm... Die, ähm... Die Sachen, die man lernen kann. So, wir können für 50 unsere Gesundheit und Mengen an Gesundheit, die im Schlaf wiederherstellt, um 20% erhöhen. Einen ruhigen Arm, das ist Schlagfestigkeit beim Blocken. Und die Sachen werden wir definitiv lernen. Das hier aber nicht. Das erhöht zwar Gesundheit und maximale Ausdauer, aber... Guckt mal, die Kosten der Fähigkeit sind dieses komische, äh, äh, Symbol, was da so zusammengeht. Und davon habe ich nur drei Stück. Und ich meine, man kriegt keine mehr als diese drei. Man hat nur diese drei. Das heißt, man muss sich genau überlegen, wie man sich's gilt. Das sieht voll komisch aus. Okay. Ist hier auch noch jemanden? Aber die Skills sind, denke ich, sehr wichtig. Die sollten wir früh lernen. Hier ist nichts. Hier oben? Auch nicht. Ach ja, stimmt. Bei Outward konnte man in fast gar kein Haus rein. Das hat mich immer auch ein bisschen gestört. Weil das schränkt die Welt so ein, ne? Naja, gut. Aber man kann's nicht ändern. Liegt hier noch irgendwo was? Nein. So, dann können wir hier runter. Und dann sind wir wieder da beim Händler. Da sind wir den Weg hochgegangen. Ist hier noch irgendwo was? Ach ja, ich habe nicht gezeigt, wie das mit den Bäumen aussieht. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Holz sammle, kriege ich drei Holz. Und deswegen sammle ich eigentlich nie Holz ein. Weil es liegt überall rum. Wurst. Ich habe nichts zu trinken. Machen wir mal ein Lagerfeuer-Set. Denn... Ich kann mich erinnern, dass ich das immer hier gemacht habe. Warte. So. Zack. Und schon haben wir ein Lagerfeuer. Und das kann man sofort machen. Das Einzige, was man jetzt übrigens fürs Anzünden braucht, ist Feuerstein und Stahl? Ja. Und den habe ich. Schön. Schön. Salzwasser. Irgendwo gab es doch hier auch normales Wasser. Hm. Gucken wir gleich nach. Was gibt es denn noch hier? Also, das ist der Händler für Normalwaren, so gemischtwaren. Er hat bestimmt nichts zu erzählen. Natürlich nicht. Er auch nicht. Er hat ihre Tochter verloren. Und ist die Alchemistin. Helmi. Hallöchen. Solange du mir... Solange du dir meine Medizin leisten kannst, bekommst du von mir, was du brauchst. Kannst du mir das Zaubern beibringen? Ich könnte den ganzen Tag darüber philosophieren. Was interessiert dich besonders? Was ist eigentlich Mana und wie kontrolliert man sie? Mana ist Energie, die alles durchströmt. Ich dachte, die erzählt weiter. Pflanzentiere, Menschen, sogar Felsen. Magier werden diejenigen genannt, die es erlernt haben, diese Energie einzufangen und in Form von Zaubersprüchen zu entfesseln. Um die Magie zu meistern, braucht es vor allem Geduld. Indem man die Zauber in der richtigen Reihenfolge anernein bereitet. Erzielt man bessere Ergebnisse als mit einem Spruch allein. Ach so, was sie so... Das, dann das, dann das, dann das. Darf es noch was sein? Wo kann ich Zaubern lernen? Um die Macht der Mana zu erhalten, musst du zu einer heiligen Linie reisen. Einem Ort, an dem Aurais Lebenskraft stark ist. Die nächste befindet sich unter dem Konfluxgebirge. Das kennst du sicher, oder? Der große violette Berg auf der Halbinsel. Die heilige Mission und das Königreich Levant haben ihrerseits eigene Wege ins Konfluxgebirge. Und jeder von ihnen stellt dich unterschiedlich auf die Probe. Beide führen zur Hauptkammer. Noch etwas sein. Reden. Hier ist der Plan. Ich bräuchte ein wenig Kristallpulver für meine besseren Tränke. Wenn du eine Alchemieausrüstung besitzt, könntest du mir dann etwas herstellen? Ich habe keine Alchemieausrüstung, also nein. Äh, was hast du zu verkaufen? Tränke. Massiv viele Tränke. Ui. Habe ich schon Tränke? Disziplintrank? Ich habe keinen Heiltrank, ne? Wäre, glaube ich, gut, wenn ich einen Heiltrank habe. 25! Oh. Den kann ich mir nicht leisten. Ich habe ja nur 25. Hat sie hier so Schakramen? Okay, ich kann mir absolut nichts leisten. Gehen wir weiter. Hier geht es wieder runter vom Marktplatz. Da ist der Schmied. Das ist nur mit der Wache kann man sprechen. Mit dem kann man nicht sprechen. Nur mit dem hier sprechen. Rufus. Und was jetzt? Acht geben. Kann ich dir helfen? Du bist ein Heiler, nicht wahr? Worauf muss ich mich in freier Wildbahn gefasst machen? Hast du irgendwelche besonderen Fragen? Kurzfristigen Probleme können sich im Kampf ergeben. Zahlreiche Gegner infizieren deinen Körper mit temporären Effekten. Sie klingen mit der Zeit ab, ob gleich viele auch mit den richtigen Gegenständen geheilt werden können. Wenn du zum Beispiel blutest und Gesundheit verlierst, wird ein Verband die Blutung aufhalten. Ja, das ist klar. Ist ja logisch. Warte mal. Was doch... Ah, Moment. Was soll ich tun, wenn ich mir eine Krankheit eingefangen habe? Um den Heilungsprozess anzustoßen, kannst du verschiedene Sorten Tee brauen oder kaufen. Und um ihn in freier Natur aufzugießen, benötigst du allerdings Zutaten wie einen Kochtopf. Nach der Einnahme wird es eine lange Zeit... Eine Zeit lang dauern, bis die Krankheit tatsächlich geheilt ist. Wenn das nicht möglich ist, ruhe dich einfach über längere Zeit aus. Viel Wasser und Essen zu dir, schlafe viel, dann hast du die Krankheit irgendwann überstanden. Je nachdem, womit du dich angesteckt hast, kann es ein paar Tage dauern. Ah, genau. Es gibt gar nicht so dieses Überheilmittel. Du kannst dir an Skyrim beispielsweise einfach einen Trank nehmen und dann... Krankheit weg. Oder du betest, Krankheit weg. Hier geht das nicht. Wenn du erkältet bist, dann musst du dich ausruhen. Ja, ja. Und was jetzt? Hast du irgendwelche besonderen Fragen? Gibt es etwas Besonderes, wovor ich mich außerhalb Ceres in Acht nehmen sollte? Nun ja, zunächst einmal solltest du an den Stränden vorsichtig sein. Begegnungen mit einem Knallkrebs könnte tödlich enden. Sie sind deshalb so bunt, um andere Raubtiere zu verscheuschen. Sie sind nicht nur aus der Nähe ein Ärgernis. Sie verfügen auch über einen tödlichen Fernangriff. Er ist mit Blitzen aufgeladen, also setze Tränke und Rüstung ein, die dieser Art von Angriff widerstehen. Oder man weicht aus. Auf der Halbinsel gibt es zahlreiche Tiere, die du jagen kannst. Und reichlich Bäume für Holz. Das Wasser solltest du jedoch zunächst abkochen. Fülle deinen Wasserschlauch am Wasseraufbereiter am Dorfstrand, bevor du losziehst. Aha, ja, 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 okay. So, hast du noch was? Priester Elad. Was kannst du mir über ihn erzählen? Als Mensch war er alles andere als perfekt. Es hieß, er sei in jungen Jahren vorlaut und von sich eingenommen gewesen. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber er gelobte Besserungen und gründete den Namenlosen Stamm, basierend auf den drei Säulen, denen die heilige Mission noch heute folgt. Dann kam die Plage. Elad, als Meister der Magie, opferte seine eigene Menschlichkeit, wurde zum lebenden Gedanken und führte uns in diese unbedenkliche Sackgasse, aus der wir für seit fast einem Jahrhundert nicht mehr herausfinden. Die fünf Winde, zu denen wir einst beteten, waren wechselhaft und unwegbar. Elad jedoch, ich hatte die Ehre, mit ihm zu sprechen. Er ist sehr bodenständig, einen Gott zu haben, der einst sterblich war, ist tröstlich. Er weiß, wie es ist, aus Fleisch und Blut zu sein. Komischer Dude. Okay, auf zum Schmied. Lauthammer. Umsehen, Ausrüstung reparieren. Nein, danke. Was kannst du mir über den Umgang mit Ausrüstung erzählen? Wir wollen uns erstmal im Laden umsehen. Was hat der denn? Er hat ein Schwert. Eine Axt. Okay. Bereit euch. Der wäre gut. Kann mir aber ihn leisten. Kostet 200 Gold. Ähm. Rondeldolch. Grundschild. Oh, Eisenschlagringe. Die sind deutlich besser als die Stoffschlagringe. Wo sind meine Stoffschlagringe? Oh, die trage ich ja gerade. Steht nicht dran, wie viel besser sie sind. Warte mal. 12. Seine sind 17. Das ist natürlich heftig. Was kann ich für dich tun? In Ordnung. Wie viel macht denn so ein Eisenschwert? 19. Angriffsgeschwindigkeit ist gleich. Dann ist ein Eisenschwert ja theoretisch besser als... Egal, wir probieren es erstmal mit den Schlagringen. Den kann man verkaufen? Oh, ich dachte, den kann man nicht verkaufen. In der Fall habe ich zwei. Das reicht, wenn ich einen habe. Okay. Äh. Ausrüstung kaufe ich mir so oder so nicht. Also können wir das auch gleich sein lassen. So. Dann sind wir hier mit dem... Dorfabschnitt 48 Minuten. Egal, die erste Folge geht dann eine Stunde. Ist auch in Ordnung. Habenaugen. Nehmen wir mit. Was ist hier? Ein Beil. So. Und du bist? Ein Karawanenleiter. Was kann ich für dich tun? Kaufen. Ich möchte mit dir reisen. Für die Akabemie von Sorobor zu arbeiten. Lebt wohl. Lass uns reden. Kaufen. Der hat, glaube ich, immer richtig krasses Zeug. Ah. Ich weiß, wofür das ist. Und ich würde es gerne alles kaufen. Aber ich kann es mir nicht leisten. So ein Dreck. Unnormal. Also hier dieses Schuppenleder. Hm. Nennt das Strohhutsch. Bist du etwa Ruffy? Was kann ich für dich tun? Ich möchte mit dir reisen. Perfekt. Da kann ich dich mitnehmen. Gegen ein geringes... Oh lol. Der kann mich echt bringen? Wie cool. Das ging früher nicht. Lebe wohl, mein Freund. Lass uns reden. Ist es so für die Akademie? Ach, er spricht gar nicht? Okay. Ach ja, ich kann es verstehen, dass du wissbegierig bist. Die Akademie von Sorobor ist eine gesagenumwobene Institution, deren Geschichte bis weit vor der Lage zurückreicht. Sie ist mehr als nur ein Ort des Lernens. Die größten Köpfe Aureis kommen hier zusammen, um seine Zukunft zu gestalten. Solange du bereit bist, hart zu arbeiten, bekommst du eine Menge zurück. Beziehungen, Reichtum. Du wirst dich sehr ins Zeug legen müssen, um es... Und es wird Jahre dauern, bis es sich für dich auszahlt. Aber ein anderes Leben könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich möchte beitreten. Wie mache ich das? Hm. Ich würde dir raten, dich zunächst darauf zu konzentrieren, dein Leuchtturm nicht zu verlieren, Kergo. Sprich mich erneut an, wenn du da eine Sache gelöst hast. Welche Art und Weise auch immer. Interessant. Ist wohl was noch Neues hinzugekommen, das ich noch nicht kenne. Und die Chocobos sind alle im Gehege. Die Schwarzen sind mies. Also die Schwarzen Vögel. Die sind richtig heftig. Die Weißen nicht. Die Weißen sind nervig. Aber die Schwarzen Vögel, die sind richtig krass. Die hauen voll rein. Das weiß ich noch. Das erste Mal, als ich so einen getroffen habe, bin ich gleich umgefallen. Der hat mich richtig aus dem Leben gejoinkt. So. Aus der Stadt wollen wir nicht raus. Es wird nämlich dunkel. Wir können aber noch. Ich gehe mal eben kurz hier den kompletten Weg lang. Die Sachen in der Stadt kenne ich nämlich noch, wo sie alle liegen. Meine ich. Hier hinten müsste noch was sein. Und zwar. Warte, hier war was, glaube ich. Doch nicht. Machen wir mal die Fackel an. Äh, die Fackel, die... Da ist es. Da vorne, da vorne, da vorne. Juckt die Nase noch. Äh. Die Nase. Eine Harpune, eine zweite. Genau. Und... Ist doch noch... Da oben, ist das nicht ein Schild? Geh nicht an. Oh. Fisch. Ein Ruhnlachs. Nett. Ich meine, da oben ist doch... Hoppala. Hier kann ich nicht lang. Meine, da vorne ist doch noch was auf dem Dach. Lass mal schauen. Kann man nicht einsammeln? Hä? Kann man den einsammeln? Auch nicht. Oh. Dann... Da vorne hat was geblinkt gehabt. Ein Wasserschlauch. Oh, perfekt. Wasserschlauch braucht man immer. Ein Wasserschlauch ist dafür da. Hat man fünf Aufladungen Wasser drin. Man kann dann immer wieder was trinken unterwegs. Und... Neben dem... Trinken gibt er halt aber auch noch... Das hier. Drei Ausdauers pro Sekunde. In Wiederherstellung. Ausdauers wird noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt sein. So, hier sind doch irgendwo auch immer noch Fische, ne? Wo sind denn die Fische alle? Hier. Hier kennt man immer an den Blubberblasen. Azur, Garnelo und Arbeiterstiefel. Zwei Sachen. Nice. Ich kenne wir. Isan. Ich wünschte, ich könnte dich mit einem Lächeln begrüßen. Aber... Wir wissen beide, dass das nicht passieren wird. Bei Artem Elatz. Bei Artem Elatz. Wird es ausgesprochen. Naja. Was für eine Katastrophe. Wie geht es dir? Gestern noch war ich Anführer unserer ehrgeizigsten Expedition seit einem Jahrzehnt. Heute sind nur noch dieses Wrack und ein trauernder Stamm übrig. Es geht mir nicht viel besser als dir. Was ist passiert? Wie konnte unser Schiff so kurz vor der Heimat sinken? Ich bin mir sicher, dass zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes der Leuchtturm nicht in Betrieb war. Ich weiß noch, wie ich dachte, dass man ihn bald sehen müsste, als sie auf den Felsen aufliefen. Wir haben all diejenigen verloren, die zur Zeit des Unglücks unter Deck waren. Das Schiff brach auseinander, bevor es an Land aufsetzen konnte. Also haben wir alles verloren? Sämtliche Münzen, die Gewürze, die Rüstung und Waffen? Leider. Ja. Das wenige, das wir bergen konnten, ist an die Familien meiner ertrunkenen Männer gegangen. Meine finanzielle Lage wurde von diesem Schlag schwer getroffen. Ich habe kaum genug, um von Neuem anzufangen. Dennoch haben wir kein Recht, uns zu beklagen. Wir haben bloß ein paar Münzen und vier Monate Zeit auf dieser Reise verloren. Aber meine Seeleute, ihr Leben. Natürlich, ihre Hinterbliebenen können jetzt alle Hilfe gebrauchen, die sie bekommen. Ich habe fünf Tage Zeit, um zusammenzukriegen, oder ich verliere mein Zuhause. Wie viel? Stimmt, ja. Verdammt, du hast in unserer Abwesenheit deinen Blutpreis nicht zurückzahlen können. Du ziehst immer den Kürzeren, nicht wahr? Der Blutpreis, der auf dir lastet, ist empörend. Zum Zeitpunkt der Tragödie warst du nicht einmal geboren. Es ist ungerecht, jemanden für die Verbrechen seiner Vorfahren verantwortlich zu machen. Aber wurde das nicht schon immer gemacht? War das nicht so? Ist das nicht irgendwie auch bei uns in der Vergangenheit immer so gewesen? Ich begrüße die Herausforderung, außerdem ist die ja eine Ausrede dafür, da raus und auf Abenteuerreise zu gehen. Im Endeffekt ist es mir Wurst. Ähm, das gehört hier zum Spiel. Ähm, ich würde sagen, wir sind ein abenteuerlustiger Bursche. Was dich nicht umbringt, härtet dich ab. Meine Arme, meine Arme und Beinprothesen sind der Beweis dafür, wie albern diese Auffassung ist. Oh, der hat auch eine Armprothese? Ich sehe, ist jetzt das lilane Ding da rechts. Leiden hilft niemandem. Oft frage ich mich, sind wir wegen oder trotz unserer Stammesgesetze am Leben? Ein System, das Unschuldige leiden lässt, hat kein Recht auf Existent. Leider habe ich keine besseren Nachrichten. Viel Glück dabei, mit Risa so kurzfristig eine Einigung zu finden. Schätze, es wird Zeit, den Scherbenhaufen zusammenzukehren. Tja, dann bin ich wohl wirklich auf mich allein gestellt. Ich will mein Geld zurück! Her damit oder ich prügel es aus hier raus! Hm? Ha, ha! Na, nein, nun machen wir das. Da fällt mir ein, ich habe ein kleines Vorratslager für den Notfall angelegt. Ich habe es in der Nähe des alten Schiffswracks im Süden versteckt. Wenn du es öffnen willst, vergiss nicht, dass der Mond die Sterne befehligt. Du wirst wissen, was ich meine. Vergiss nicht, dass du mehr bist als nur ein Glied in einer Kette. Du bist mehr wert als das Blut in deinen Adern. Pass auf dich auf und lass dich nicht zum Werkzeug anderer machen, sonst fehlen dir am Ende auch ein paar Körperteile. Mach deinen eigenen Weg. Ich wünschte, ich könnte dich mit deinem Lächeln begrüßen. Okay, es gibt aber noch ein paar Sachen, die ich hier sammeln kann. Ich meine, hier gibt es noch irgendwo Fische. Vorne links gibt es noch eine Machete. Sieht man immer ganz gut am Leuchten, ne? Weil hier sind irgendwo noch Fische, das weiß ich. Da! Das Blubbern! Rund, Lachs und Arbeiterstiefel, okay. Oh, Hunger hat der gute Mann. Schundhaufen. Oh, ich habe einen Hut. Ich habe einen Hut. Ich habe einen Strohhut. Komm, komm, Pistole. Fischhändler Karl. Sei gegrüßt, Freund. Ich möchte etwas kaufen. Danke, nein. So, er kann nichts dazu sagen. Hier ist nichts. Er hat nichts zu sagen. Da vorne steht doch wer, oder? Fast bei einer Stunde jetzt. Okay. Ah, wir werden noch Roland. Jezan lebt. Das ist mehr, als man von den anderen Teilnehmern unserer Expedition sagen kann. Ja, ein Jammer, dieses Schiffsunglück. Unfälle wie dieser passieren andauernd. Nicht, wenn der Leuchtturm brennt. Werte diese nach Dienst. Kein Schimmer. Ich war es auf jeden Fall nicht. Nicht für dich. Aha, ich war es auf jeden Fall nicht. Okay. Solltest du deinem Bruder nicht bei der Bewerbungsarbeit helfen? Ich denke nicht, dass er meine Hilfe will. Er hält mich für dumm und ungeschickt. Er hält mich für dumm und ungeschickt. Ich würde vermutlich bloß im Weg stehen. Boah, was für ein furchtbarer Tag. Okay. So. Da vorne blinkt was. Was ist das denn? Blankenschild? Den nehmen wir doch mal mit. So. Da es so dunkel ist, würde ich mal sagen. Gehen wir gleich schlafen. Und damit können wir dann den, äh, ersten Teil von Outward abschließen. Wie regelmäßig es hier zu Upload gibt. Uploads. Ups. Uploads gibt. Weiß ich noch nicht. Sind hier noch irgendwo Sachen? Was ist da vorne eigentlich? Warte mal, ich will noch eben kurz gucken. Hier war doch... Ah, doch, doch. Hier ist... Hier gehen wir noch rein. Hier gehen wir noch rein. Wir gehen nicht ganz tief hier rein, aber hier gehen wir noch rein. Wasserschläuche sind die einzige Möglichkeit, Wasser mitzuführen. Für Forscher sind sie unerlässlich. Und es mag nützlich sein, mehrere Wasserschläuche dabei zu haben. Das ist richtig. Das ist sehr, sehr richtig. So. Irgendwas krabbelt. Oder tropft's? Wasserstein. Hier krabbelt doch was. Rot. Haltet zum Zerlegen. Achso, ich kann den Schlafsack theoretisch mitnehmen. Okay. Hier ist die Gabären-Marmelade. Direkt leeren. Ach, das sind die Fackeln. Ach, ich bin ein Idiot. Was sind die Fackeln hier? So, hier könnten wir jetzt rein. Da hinten blitzt auch was. Das ist wieder eine Spitzhacke. Aber da oben sind Gegner und die möchte ich jetzt noch nicht angreifen. Denn kämpfen werden wir erst... Wobei, wir haben schon gekämpft. Im Tutorial. Nein, das ist nicht das Tutorial. Es gibt tatsächlich ein wirkliches Tutorial, was man spielen kann. Das gibt es ja immer weniger in Spielen. Dass man auch ein Tutorial wirklich spielen kann. Und das nicht während des Spiels dir das Tutorial was erklärt. Sondern man kann im Hauptmenü tatsächlich den Punkt auswählen. Tutorial starten. Das ist mehr das Intro, was man gespielt hat. Und da haben wir ja auch schon gegen zwei gekämpft. Aber ich meine, gegen weitere Gegner kämpfen wir erst in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie regelmäßig ich Uploads hierzu mache. Es wird eine Zusatzgeschichte sein. Immer wenn ich Lust habe zu spielen, mache ich ein paar Sachen fertig. Und bevor ich jetzt zu meinem Leuchtturm hochgehe, mache ich eben mal was. Und zwar zum einen, davon brauche ich nicht zwei. Kann mal hier hin. Zeige euch, wie man an Salz kommt. Sollte jemand dieses Spiel interessant finden. Eigentlich ganz simpel. Oh, ich dachte gerade, ich hätte es getrunken. Eigentlich ganz simpel. So. Wir benutzen den Kochtopf und kochen unser Salzwasser ab. Und schon haben wir Salz und Wasser. Nett, ne? So, Kabieren, Stulle. Könnte man auch Reiseproviant machen? Oder Fleischeintopf? Da habe ich mal Fleischeintopf. So, und das war's. Reiseproviant? Nein, danke. Was brauche ich denn für die Ceviche? Ah, das habe ich beides nicht. Okay. So, dann gehen wir mal nach oben. Oh, man sieht hier ziemlich wenig, aber das gehört mit zum Spiel. Die Laterne, die ich habe, ist nicht die beste. Es gibt bessere Laternen. Aber es gehört echt mit zum Spiel, dass es so dunkel ist. Und das geht noch. Also das, was wir hier haben, das geht noch. Das geht noch viel, viel dunkler. Gut. Und oben ist immer noch aus dem Leuchteschwert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal eine Runde pennen. Kann ich nämlich nochmal eben was zeigen und in der nächsten Folge zeige ich dann, machen wir dann weiter nach dem Schlafen. Denn hier steht jetzt was. Ihr seht ja hier so viele Effekte, ne? Jetzt sage ich mal, ich will jetzt bis zum Sonnenaufgang schlafen und auf einmal sind alle wieder weg. Aber ich esse doch nichts. In Sierzo oder auch ich meine in Gasthäusern kann man schlafen, ohne dass man Sachen verliert. Eigentlich ist es so, dass wenn man schläft, Hunger und so weiter abnimmt. Aber in dem Zuhause... Oh, ich habe hier einen Buff bekommen. Ah, cool. Hausdauer, Kosten und Aktionen sind günstiger. Ja. In Sierzo ist es so, dass man schlafen kann und dann werden alle deine Sachen wieder aufgefüllt. Wenn wäre ich jetzt draußen am Schlafen gewesen, dann hätte ich definitiv Sachen verloren. So, das Sortieren und alles, das machen wir nächste Folge. Nächste Folge gibt es dann noch ein paar andere Sachen zu sehen als nur die Stadt. Äh, wir sind ja jetzt... Doch, wir sind durch in der Stadt. Wir könnten jetzt raus. Und ich will raus. Vielen Dank, was du schon. Ich hoffe, euch gefällt Outward. Soweit. Ähm. Ja. Hauen sie rein.